so da sind wir zurück zu einer weiteren folge fortnite mal wieder im solo unterwegs ohne bauen natürlich das ist die beste entscheidung ever vier füge gegner mit sturmgewehr scharfschützen über schaden zu ja alles gut aufgaben sind mir meistens eigentlich egal obwohl es gut xp geben ja was soll ich sagen null bauen solo weil null bauen ist eins meiner favoriten ich mag es nicht wenn da solche extremsten schwitzer sind die sich eine halbe schloss bauen und eben dann noch so arg killen dass du denkst wtf was hat die da gemacht heute wieder mit einem coolen steam overlay das werde ich vielleicht auch ab sofort in meinen streams behalten mal schauen facecam hat das hat so ein ähnliches overlay tatsächlich fortnite werde ich aber ohne facecam spielen vielleicht streame ich auch mal fortnite mal schauen das könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben und ja wir gucken mal ja wo landen wir denn wo landen wir denn das ist eine gute frage leuchtturm nein da hinten in dem haus das sieht so schön abgelegen aus ihr kennt mich ja ich bin vorsichtig ich lande immer weit hinten und ja ihr könnt gerne hätten höh du willst ja nur die bots wegballern damit eine gute kd hast aber ganz ehrlich ist mir scheißegal ich spiele wie ich will nicht wie ihr wollt und so wird es auch immer bleiben ganz einfach und ja genau team und trio und duo spiele ich natürlich mit meinen kindern und mit daco und da lande ich natürlich nicht am arsch der welt da landen war schön mit dich irgendwo und ja das war jetzt ein bot kill könnte ich gerne dafür haten ist mir scheißegal ganz ehrlich wo ist die zone da geht noch das geht alles noch können wir noch ganz in ruhe looten hier ich habe das gefühl dass die bots keinen wirklichen damage machen kann das sein oh geil die wird auf jeden fall behalten ja du kommst mal mit dich werde ich austauschen gegen die pistol so oben dürfte es nichts mehr gegeben haben oder ein bisschen muni ok und ist hier was drin nö ok dann schlurfen wir noch mal ein dass wir wenigstens halb voll sind nice komm mal her sniper nehme ich erst mal mit was liegt hier rum oh muni ist immer gut die brauche ich nicht unbedingt ok hier wollen wir doch einer letzten aufnahme gucken wie viele hier wieder mit dem panzer rum pümmeln oder mit dem auto oder mit dem lkw oder wie ist der geier was hier ist einer da war einer oh lila sniper nice die kommt mit den würde ich auch mitnehmen wollen äh genau warum stand der afk rum ist der dämlich gewesen ah ok die hat er schon da würde er den raketenwerfer rausgeholt haben ansonsten hat er die alles weg geholt ok alles gut alles gut alles gut ich dachte der hinten wurde abgebaut oh ja der hat noch eine stehen lassen schau an ah den nehmen wir auch mit und ja ich weiß selber ich bin nicht der beste spieler aber ich mache das beste draus ok pump muni noch eine kiste noch eine kiste noch eine kiste komm ich hier hoch 9 ich bin auf jeden fall gut in der zone drin aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht weiter rein es könnte jederzeit von hinten einer kommen ich möchte wenigstens unter die top 10 sein unter den top 10 sein ok muni nehme ich mit muni ist immer gut munition tut papa gut da hinten werden auf jeden fall welche rum pümmeln naja komm no risk no fun ich öffne gerne kisten ok was ok meilenstein abgeschlossen nice 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 wie viele leben noch 25 sowie so viele wie in der letzten aufnahme ok hm ähm dieses raumschiff ist gerade so an der ecke drinnen ja das mit den vier orten das ist mir ein bisschen schnuppe aber hier unten werden definitiv welche sein kann mir keiner erzählen dass hier keiner ist naja eins vorsichtiges eck da ist noch eine große truhe scheiße scheiße los nice oh sogar ein lila Raketenwerfer geil da wird geschossen da war ein bot mit dem legt man uns nicht ein und da fährt ein panzer what the fuck oh das war mein kill was so was von wo wurde jetzt geschossen da hinten fährt er scheiße der ist ja schon kaputt oh leben nur noch zwölf man geil fuck oh das wäre ein headshot gewesen scheiße das wäre ein geiler headshot gewesen ja nö lass mal ja da rennst du weg na so hier bin ich auf jeden Fall schon mal safe okay Okay, okay. Da drin ist einer down gegangen. Scheiße. Der müsste noch beim Haus sein. So, weg damit. Brauche ich nicht mehr. Der ist außer Sicht. Ähm. Drei mal noch. Mit mir vier. Drei mal noch. 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 Das war's für heute. Ah? Geil! Da haben wir den epischen! Nice! Boah, schöne Runde fürs zweite Mal aufnehmen, die neue Season. Geil! Boah, geil! Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye! Bis zum nächsten Mal!